So und da sind wir wieder mit unseren Kollegen und ja, ich würde sagen, wir mischen die Bude weiter auf und diesen Malakas. Hier geht es nicht lang, okay. Können wir jetzt irgendwas untersuchen vielleicht? Ein Hinweis oder so? Ah, jetzt sind wir wieder hier, okay, da waren wir schon mal. Am Anfang, okay. Da ist das Fahrrad, ja. Das Sicherungskasten, genau. Sind wieder die Typen da? Bats, bats, bats. Zack, 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 zack. Na. Schreckt mich nicht so, oder? Alter, was ist mit dir? Wo habt ihr sie versteckt? Sprich. Wer steckt dahinter? Klopf, klopf. Verdammt, die Polizei. Ja, das hätte ja richtig schlecht ausgehen können für uns, wenn sie uns erwischt hätten vielleicht. Obwohl, ja, dieser Kopf vielleicht uns noch helfen könnte. Könnte, aber irgendwie. Hm. Interessant. Jetzt hat er ein paar Informationen. Okay. Die hatten den doch ja, verdammt, was ist los? Oh. Du. Ja, ich bin's. Warte hier, komm mit. Was ist los? Was macht ihr hier? Wir hatten einen Hinweis bekommen. Keine Ahnung, wie weit ich euch liege. Hm. Okay. Wir sehen uns. Oder? Hm. Wir wollen irgendwo hin, aber er will denn nicht, dass wir dorthin gehen jetzt anscheinend? Anscheinend, ne? Er hat irgendwie eine Verantwortung über uns. Irgendwie auf uns. Hm. Hm. Aber wir wollen die Rache, ne? Wir wollen die Rache, ne? Wir wollen die Rache, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm, verdammt, sind wir wahrscheinlich bei unseren Kollegen wieder, ne? Ein Videoanruf? Oh, jetzt wird das Aufpassen wieder dran, da. Was ist denn das für eine Kiste? Ach du Scheiße. Was geht hier ab, Alter? Was ist denn das für eine Kiste? Na ja, aber das Kleid sagt ja nichts über den Tod aus, ne? Irgendwie. Nur das Kleid mit ein bisschen Blut, ne? Soll nicht heißen, dass sie jetzt tot ist eigentlich. Aber an der gleichen Stelle, ne? Was ist mit dem Handy passiert? Ah, okay. Du Scheiße, was ist denn jetzt los? Fuck. Ja, warum? Hm. Okay. Okay. Voll, gut. Verdammt, was passiert hier? Telefon. Okay. Weißt du, sie lebt noch, ne? Fuck, Alter. Ist noch nicht vorbei. Wer ist Tai? Dean. Sind wir Dean? Heissen wir Dean? Oh mein Gott. Was geht denn da ab jetzt? Ich checke jetzt gerade gar nichts, warte mal. Wir waren zu Hause, haben die Kiste gefunden. Und... Achso, da sind wieder welche. Ey, ganz ruhig, Kollegen. Haben wir mit Puste rein. So. Zack, 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 zack. Batz. Ey, ey, ey. Ey, ganz ruhig. Bitte noch helfen. Komm her. Batz, batz, batz. Noch jemand nicht genug? So. Da. Batz. Haben wir's jetzt. Okay. Hier geht's nicht lang. Okay, was ist hier los? Was passiert? Das ist nicht los. Siento. Ey ey. Bugs, Bugs. Hummus. Okay. Wer ist hier? Hey, Gott. Zack, zack, zack. Ist er fertig? Ja. Okay. Werkzeug kann man keins nehmen. Leider. Schaut schon geil aus, ne? Mir gefällt halt der Stil, wie das gemacht worden ist. Ah, okay. Müssen wir hier lang? Nein. Irgendwas ist da, ne? Warte mal. Ach so, Container ist aufgegangen, ne? Irgendwo. Hier. Sesam öffne dich. Noch mehr Gangs. Pass auf, hinter dir. Jetzt erst einmal den wegklatschen und dann Power-Modus aktivieren. Oh je. So. Alter. Verdammt. Steh auf, Junge. Quats. Steh nicht nochmal auf. Okay. Das ist ein Wespennest, wo wir jetzt entlang sind. Verdammt. Ich muss hier weg. So, den da. Der ist wichtig. Und, Glückwunsch. Und. Schenken wir den ein. Und zack, weiter. Na. Der hätte jetzt meine Schuhgröße lesen können, ne? So. Kann ich hier irgendwas finden? Nein. So. Okay. Okay. Der hätte es weg, oder? Verdammt. Verdammt. Hei, 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 hei. Was machst du da? Hey, Alter. Hallo? Ihn? Es sind zu viele hier. Es sind zu viele. What? Einer nach den anderen. Zack. Zack. Oh ja. Das ist mal nicht so gut, glaube ich. Ach du Scheiße. Okay. Giving. Entwärmment. Pats, 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 pats. Pam, pam, pam. Und der nächste bitte. So. Zack, 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 zack. Zack. Hammers. Okay. Mann. Willst du mit Minigames spielen? Okay. Okay. Da sind wir gekommen wahrscheinlich. Na. So. Gaming-Halle. Da schaut er bequem aus. Der Stuhl. So. Hoppala. So. Komm her. Zack, 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 zack. Zack. Bats. Bats. Station clear. Ah, das ist der Typ ey. Die Mördung sind Motör. Die Mördung sind Motör. . Die Mördung. Vielen Dank.